Herzlich Willkommen zum 15. Türchen des YouTube Adventskalenders. Ja, Manuel und Prämix sind dabei. Wer hätte es erwartet? Also! Und wir spielen heute auf Hive MC eine Runde Block Party. Ja, das Spiel könnte einigen bekannt sein. Und noch ganz kurz das Info vorab, heute sind zweimal zwei Buchstaben versteckt. Also wie nach dem Infovideo, richtig. Sind da, wie gesagt, zwei oder zwei Stück. Mathe LK. Aber sowas von. Ich will jetzt gerne nachgucken, ob ich auch die richtigen zuerst anwende, aber es wäre jetzt ein bisschen doof. Warte mal ganz kurz. Ja, sind die richtigen, die ich gleich zuerst anwenden möchte. So. Block Party, Block Party. Oh, ihr seht jetzt. Frauen, Frauen, ich seh keinen. Ohne witzige, die Farbe auch erst nicht entdeckt. Oh, das macht jetzt lustig. Grau, wer weiß, ob das grau ist? Ist das grau? Ja, guck doch unten, wenn du den setzt unter dir. Ja, ja, mach das. Nein. Hahaha, der nutzt es raus. Ich stelle auf dem falschen Grau. Mein Textwerk ist ein bisschen asozial. Boah. Das war knapp. Oh, jetzt geht's ab hier. Wo ist Pink, wo ist Pink, wo ist Pink, Pink? Ich will da hin. Puh. Oh. Oh nein. Orange hat er auf. Orange hat er auf. Ja, okay, war nicht so schwer. Wenn hier einer rausfliegt, lau' ich den raus. Da ist keiner rausgeflogen. Okay, ich glaube, jetzt fliege ich in der Runde. Ray, ha, easy. Das ist gut. Guck mal, wie riesig das Fels hier ist, wo ich drauf bin. Oha, ich bin auch auf dem gleichen. Oha, ich bin... What the fuck? Ey, Jungs, ich wurde aus der Map geworfen. Ja, aber man sollte nicht sheeten. Hä, guck mal, die ist voll und ich... Eliminated, Alter. Obwohl die Map voll ist, wie geht das? Man sollte nicht sheeten. Man sollte nicht sheeten. Ist einfach so. Ich bin einfach durch den Block durchgebracht. Sheete. Na, fuck, Hecklein draus machen erst mal. Hä? Boah, das war knapp. Das war knapp. Es sind noch sieben Dancer. Können wir schweben, Manuel? Nee. Zian, zian. Ach, ist doch... Du musst in Spectate-Mode gehen, Manuel. Dann kannst du... Ah! Ja, das wird auch immer schneller. White. Ja, easy. Immer noch sieben Dancer. Die Kings sind einfach nur auf der Tanzfläche. Ja, warum bist du denn noch da? Red, Red. Warte, mein Maus fackt gerade erst mal. Ja, ähm... Und? Kommst du auf das her? Blau, 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 blau. Boah! Ich hab's nur durch den Sprung noch geschafft. Das war jetzt echt so last moment. Komm, hier sind viele Farben. Light blue. Was? Was? Ja. Was? Wo stand ich denn drauf? Es sind fünf Leute rausgeflogen. Wie assi ist das denn? Ja, und da steht der Gewinner auch fest. Oh, das hätte ich sein können. Du bist es aber nicht. Boah, lass das nochmal spielen, oder? Ja, meinetwegen. Und Splack auch nochmal. Ich finde, die beiden machen es richtig Laune. Ja, schon so ein bisschen. Jo. Okay. Also, ihr wisst jetzt schon fast, welches Spiel morgen drankommt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.